Hey Leute, moin moin erstmal und ich begrüße euch zu einem ganz anderen Video, zu meinem 200 Cent YouTube Video hier auf YouTube, was ich hochgeladen habe. Von, von, ähm, ja, wie soll man sagen, von Keine Let's Plays bis Let's Plays, von Grand Theft Auto, von Twitter, von Modern Warfare 2, von Modern Warfare 3, von Black Ops 2 bis MW3, bis Sniper Ghost Warrior, bis Fallout, es war alles dabei. Mann Leute, es war eine schöne Zeit und die Zeit geht weiter, auf die nächsten 200 Videos. So, ich beende jetzt mal das Video, aber es ist nicht vorbei, weil ich möchte jetzt mal schnell, zack, aufstehen, Licht anmachen, weil es ist das 200. Video Leute, das 200. Video. Ich bin baff. Und das kann ich, denke ich, auch mal sein, weil ich hätte das alles nicht geschafft, wenn ich euch hätte. Ja, ich meine euch. Meine Abonnenten. Aber nicht nur meine Abonnenten, auch Zuschauer, die keinen YouTube-Kanal haben. Leute aus den USA vielleicht, weiß nicht, Amerikaner, Franzosen. Mann, ihr seid die Besten, Digga, ihr seid die Besten. Und aus dem Grund, habe ich noch meine Freundesliste offen. Gucken wir mal rein, Digga, wer heute da ist. Nicht jeder meiner Abonnenten hat eine PS3, Digga. So, da unten bin ich. Let's Play ohne HD-PVR habe ich immer noch drin, Digga. BigDaddy99XD. Don't Nuff. Danke, LucaGamer99. Mathieu, vielen Dank, Digga. MonkeyFist1000. Ja, Mann, ich habe dir versprochen, ein Ding zu zocken. MW3, aber hey, die Zeit ist einfach wenig da. Geburtstag ist, ich habe auch Stress, Digga. So, vielen Dank, Leute. Ihr seid eh sowieso die Besten, die es gibt, Digga. Hier, Leute, noch ein paar Leute. So, ein kleines Danke-Video, denke ich mal, hier. AlexCookieKicks, auch da, Alter. Das kann ich natürlich nicht alle nennen. Saria61, hallo, moin, moin. DG and On, Digga. PS3 LOLs, Digga. Lil Stewart123, Digga. Alle da. PS3 Business Germany ist auch irgendwo. Dennis Parler. Buri13, Digga, 46 Stunden, war ja online. Ja, einfach, danke, Leute. Ihr seid die Besten. Und, jo. Gut 8 Monate bin ich jetzt auf YouTube, Alter. Und ihr seid einfach, hey, ihr seid aber die geilsten, Digga. Perfekt. Hammer, geile Abonnenten und Zuschauer hab ich, Alter. Mann, 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 seid ihr geil, Digga. Also, Leute. Das ist auf jeden Fall das 200 Special Video. Ups, da habe ich noch ein paar Spiele, Digga. Ja, das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ups, bis zum nächsten Mal. Ich bin sehr interessiert noch, das Spiel Team Deathmatch auf der Map Cargo zu Ende. Und ich sag mal, see you later, Alligator, Leute. Hier zeige ich euch nochmal eine Lobby, Alter. Das ist die 200 Lobby, Alter. Äh, im YouTube Video, Alter. Ihr seid mittendrin, Digga. Perfekt. Also, ciao. See you later, Alligator. Alligator.